Musik Austausch zu schaffen, ich glaube, das ist die Bedeutung des Deutschlandjahres. Und dass die Leute überall, auch in meiner kleinen Stadt in Kalifornien, vielleicht die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Die Flying Steps, kann man wirklich sagen, stehen für das Kulturgut in Deutschland. Und das Breakdance kommt aus Amerika. Das heißt, da treffen sich einfach zwei Welten. Und das ist einfach, genau, das ist einfach nur wunderbar. Ich sag's, das ist ja sehr oft inzwischen. Die Amerikaner haben ein sehr gutes Bild von Deutschland. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020